Hallo, mein Name ist Diana Achtzig. Herzlich willkommen beim Kunstverkaufen Achtzig-Podcast mit der Nummer 73 und mit der Fragestellung Wie vermarktet man sich als Künstlerin oder Künstler? Zu dieser Frage komme ich, weil diese Frage mir oftmals zugeschickt wurde. Und das ist eine sehr erhebliche Frage, eine wichtige Frage, weil ich damit natürlich in zwei Richtungen einleiten kann. Also einmal kann ich in die Richtung gehen als erstes, dass ich mich selbst vermarkte und warum und wieso und weshalb ich das für gut halte. Also hier kann ich auch meine Argumentationen haben. Das heißt also, es ist auch gut, wenn jemand sagt, Mensch, ich will einfach mehr Geld verdienen oder ich will dich teilen oder ich will alles unter Kontrolle haben. Dann müsstet ihr aber auch bedenken, dass ihr alle Aufgaben einer Galeristin, eines Galeristen selber machen müsst. Was sind denn die ganzen Aufgaben einer Galeristin? Die gesamte Pressearbeit. Und die müsst ihr für euch selbst erstellen. Das heißt, ihr müsst Journalisten finden, Kuratoren, Kunstkritiker, die über euch schreiben. Und nur als Künstler dort aufzutreten, ist ein bisschen schwieriger. Weil komme ich als Galeristin, dann sucht sich der Journalist, die Kuratorin und der Kunstkritiker jemanden aus, aus meinem Galerieportfolio und sagt, über den möchte ich gerne schreiben oder über die Künstlerin möchte ich schreiben, weil da sehe ich persönliche Ansätze, da habe ich einen Bezug dazu. Und das habe ich schon öfter gehört, diesen Nachsatz. Und das ist eigentlich der wichtige Nachsatz. Da habe ich einen Bezug dazu. Da sehe ich Parallelen. Das ist der zweite wichtige Satz. Ja. Ihr könnt natürlich auch sagen, okay, Texte ganz gut und schön, die Welt hat sich verändert. Die Welt ist Richtung Podcast gewandert, also Richtung Tonspur, wenn man das mal so runter bricht. Und Richtung YouTube und Videointerview. Und auch Richtung Film und Fernsehen. Ja, dem ist auch so. Und das sehe ich auch so. Ja, genau so sehe ich das auch. Nur, und jetzt kommt der Knaller. Ich habe ja verschiedene Käuferschichten, die ich ansprechen möchte. Ich möchte ja den Wal ansprechen, der immer gerne helfen möchte. Den Haifisch, der gut und gerne investiert. Also mein Käufer ist. Also mein Kunstkäufer sogar ist. Und ich muss ihm die Investition schmackhaft machen. Ja. Dann habe ich eine Eule mit tausend Fragen. Die Eule will natürlich lieber einen Text sehen. Ja, von mir. Weil da kann die mehr mit anfangen. Natürlich gibt es auch Eulen, die sagen beides. Ja. Also sie wollen ein Interview. Die wollen einen Text vor sich haben. Also das heißt, das Interview wäre dann per YouTube oder per Film. Und sie wollen auch einen Text haben. So. Und natürlich habe ich auch den Fuchs, der sagt, ja, ich will ja, wenn ich das weiterempfehle, an meine Freunde, Bekannte und so weiter, will ich ja auch wissen, woran bin ich. Ja. Was ist das für ein Künstler? Also will ich den auch sehen? Ja. Also Video, Film, ja, ist da schon ganz gut. Und der Delfin sagt auch, ja, ist ganz gut, den mal gesehen zu haben, damit ich einen visuellen Eindruck habe, ist mir der sympathisch, kann ich damit was anfangen. Ja. Der Haifisch muss nicht unbedingt das Video sehen, ist natürlich an kurzen Inhalten interessiert und nicht an langen Texten. Also wieder kurze Texte. Die klar im ersten Satz sagen, warum man in diesen Künstler investieren sollte. Und damit unterscheidet sich schon in der Ansprache meiner Zielgruppe, wen spreche ich denn an. Und wenn ich alle ansprechen möchte, muss ich auch alle Kanäle bedienen. Und bei Kanälen sind wir schon wieder bei den sozialen Netzwerken. Ich habe extra Podcast-Folgen zu den sozialen Netzwerken schon veröffentlicht. Guckt euch die an, ja? Oder hört euch die an. Angucken kann man ehrlich. Oh, war jetzt mein Fehler. Entschuldigung. Ja, weil ich ja jetzt gerade bei YouTube war, ne? Im Vorsatz, genau. Im vorigen Satz war ich bei YouTube, genau. Es kommen auch wieder YouTube-Sachen von mir. Natürlich kommen wieder Interviews und Filme, die man dann auch sieht oder wo ich dann auch Dinge vorstelle per Video, wo man sich ein besseres Bild über die Kunst machen kann. Aber so der theoretische Inhalt, den kann man, glaube ich, ganz gut über die Podcast-Form, wie sagt man so, erörtern und erläutern. So. Die Texte haben wir abgearbeitet. Die Podcast-Interviews sollte man natürlich auch ins Auge fassen. Auch ich kann euch anbieten, dass ihr nach Berlin kommt als Künstlerin, als Künstler oder auch nach Deutschland, wenn ihr im Ausland wohnt. Und ich mit euch ein zielführendes Interview mache, was ein reiner Podcast ist, also Tonspur, um euren Namen, um euren Eindruck oder um eure Lesart von eurer Kunst zu verbreiten. Das ist echtes Marketing und das ist echter Mehrwert für Künstler. Ja, das kann ich auch gerne anbieten und zwar auch kostenfrei. Was ich auch anbieten kann, ist natürlich auch ein Coaching für Künstler, wenn die sich unsicher sind, was ist die nächste Galerie, wen schreibe ich an, hat das Sinn, bestimmte Galerien in einem bestimmten Level anzuschreiben mit der und der Kunst, die ich mache. So, das kann ich ja von Ferne schlecht beurteilen. Das muss ich ja sehen und muss mir das auch anschauen und muss auch ein paar Hintergründe erfragen. Dann die nächste Ebene. Also nicht nur Podcast-Interview, Video-Interviews und Film-Interviews, sondern auch TV-Magazine anvisieren. Auch da kann ich euch helfen, dort hineinzukommen. Und wichtig ist, ihr könnt euch auch eine Filmgruppe suchen, die zum Beispiel über eure Vernissagen und über eure Ausstellungen auch Filme dreht. Ja? Mit Interviews dazu und so weiter. Ja? Um eure Reichweite größer zu machen. Und damit komme ich zur Grundfrage, wie vermarktet man sich als Künstler? Und das funktioniert über Reichweite. Und Reichweite ist das wichtigste Wort außer Netzwerk. Also Reichweite bedeutet, dass ich zum Beispiel einen Text von einer Berliner Galerie habe, zum Beispiel von einer Berlin-Produzentengalerie, als Beispiel jetzt naheliegend. Dann habe ich einen Text, einen Ausstellungstext von drei weiteren Galerien in drei verschiedenen Städten oder auch noch von fünf anderen Städten. Das sieht dann noch besser aus. Vielleicht habe ich ein Podcast-Interview in Berlin und ein Video-Interview in Bonn oder ein Video-Interview oder ein Film-Interview in Karlsruhe. Oder auch in München, bei einer Münchner Galerie. Und natürlich ist das auch interessant, wenn ich nur Journalisten aus meinem Umfeld, also in Berlin, über mich schreiben, wenn ich Berliner bin oder Berlinerin bin. Sondern wenn auch andere Journalisten, zum Beispiel aus Havelberg oder auch aus Gelsenkirchen oder aus, sage ich jetzt mal, Baden-Baden, über mich schreiben würden. Oder auch ein Kurator aus Köln oder auch ein anderer Galerist aus München oder aus Köln. Das wäre natürlich vorteilhaft. Das kann ich entweder auf meine Webseite stellen oder kann das auch gut veröffentlichen. Und da haben wir schon den Mehrwert im PR-Bereich. Wenn also mein Name als Künstler mehrmals auftaucht in ein und derselben Galerie oder im Zusammenhang mit ein und derselben Galerie, dann bedeutet das, dass das signalisiert, aha, der Künstler, die Künstlerin ist dort angesiedelt und macht öfter dort Ausstellungen. Und das ist positiv für mich. Was negativ ist, ist natürlich Galerie-Hopping, das ich jeden Monat in einer anderen Galerie ausstelle. Das ist nicht gewünscht von Käufern. Ausdrücklich nicht gewünscht. Ich gebe zu, es ist ganz schwer, am Anfang eine feste Galerie zu finden. Deswegen gibt es ja dieses Projekt der Berlin-Produzentengalerie als Beispiel. Und es ist natürlich auch ganz schwer, eine Ausbildung zu finden im Kunstbereich, die zum Beispiel komplett das Kunstmarketing beinhaltet und die freie Kunst. Auch das kann man auf der 80-Kunstakademie Berlin studieren. Und das vollumfänglich. Das heißt also, anschließend kann man sich auch selber vermarkten. Auch das ist ein Weg, um sich selbst als Künstler zu vermarkten. Entweder mit Galerie oder ohne Galerie. Wenn ich aber ohne Galerie agieren möchte, dann muss ich auch den Verkaufsprozess lernen, wie ich verkaufe, an wen ich verkaufe, was die einzelnen Menschentypen sind, wie ich auf die zugehe, wie ich ein konkretes Angebot für einen Haifisch als Vorstellung, als Beispiel, attraktiv mache und warum ich dort ganz klare Worte finden muss, damit er überhaupt auf mich reagiert und überhaupt sagt, ja, möchte ich angucken. Oder Nein interessiert mich nicht. Und bei Nein interessiert mich nicht, interessiert es auch wirklich die Leute nicht. Ja? Also nicht nochmal nachfassen und ja, ich hätte da noch, und das habe ich noch, und das habe ich noch. Wenn der Nein sagt, ist Nein. Akzeptiert es, weil ihr habt einen Menschen, den ihr, wenn ihr Glück habt, eingeladen habt, zu euch ins Atelier. Und wenn der wiederkommen soll, kein Druck ausüben. Locken. Aber nicht Druck ausüben. Ja? Natürlich gibt es dieses Vertriebsargument, ja, die Bilder werden knapp und ja, nächste Woche werden die Bilder abgeholt von einer Galerie und die werden dann da ausgestellt und möglicherweise werden die dann auch verkauft und dann kommen sie nicht mehr an die Bilder und tralala. Also, äh, nein. Ausdrücklich nein. Die meisten Käufer von Kunstgegenständen haben selber eine Firma und kennen jedes Vertriebsargument. Und Vorsicht! Ihr müsst gucken und genau schauen, wen habe ich da vor mir. Und verwende ich die Vertriebsargumentation eines Telefonverkäufers, der sonst Handys verkauft, verscherze ich mir das mit dem Sammler. Und der Sammler ist wertvoll, weil ein Sammler langfristig Kunstwerke kauft. Nicht nur einmalig, sondern langfristig, also mehrfach wiederholt. Deswegen muss ich gucken, dass ich auch meine Sammler betreue und denen auch Goodies zuschicke. Und auch Weihnachtskarten und auch das. Und hier mal ein Nachlass. Also im Preis. Oder mal entgegenkommen. Oder mal ein Geschenk. Und so weiter. Ja? Ich muss meinen Kunden pflegen, weil sonst habe ich keine mehr. Ja? Und das ist schlecht. Ja? Also, viel Spaß beim Vermarkten eurer Werke, eurer Kunstgegenstände. Und natürlich auch bei eurer persönlichen Lesarterstellung für eure Bewerbung bei der Berlin Produzentengalerie, wenn das für euch in Fragen kommt. Bis hierher erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Über Likes würde ich mich freuen, wenn euch die Folge gefallen hat. Selbstverständlich auch über Abonnements meines Kanals. Bitte sendet auch diese Podcast-Folge wieder an eure Freunde, Bekannte oder auch an andere Künstler, die das vielleicht hören könnten oder die auch einen Nutzen daraus ziehen könnten. Und gleichzeitig würde ich mich freuen über Kommentare, Anregungen oder auch Fragen per E-Mail von euch. In den Shownotes verlinke ich auch immer meine E-Mail-Adresse, falls ihr Fragen habt oder Anregungen oder Anmerkungen. Oder falls ihr auf mein Angebot zurückkommen wollt, bei mir ein Interview zu machen per Podcast. Oder mit dem Podcast sozusagen ein Interview machen wollt. Und das dann sozusagen kostenfrei wäre. Kunstcoaching biete ich auch an, das ist allerdings dann nicht mehr kostenfrei. Eure die Anna 80 bis hierher. Alles Gute und vermarktet euch. Und bleibt tapfer dran. Tschüss.